So viele Spiele und nur so wenig Zeit. Oder anders gesagt, SVSSWZ Spieletests in 60 Sekunden. Heute Frostpunk. Das Spiel aus dem Jahr 2018 kombiniert die wesentlichen Merkmale einer Aufbausimulation mit denen des Survival-Genres. Die Handlung spielt zu Ende des 19. Jahrhunderts, die Welt leidet unter fortwährenden Schneestürmen und frostigen Temperaturen. In diesem Setting führt der Spieler eine Gruppe von Überlebenden an, die es geschafft haben, sich zu einem Hitzegenerator durchzukämpfen. Drumherum soll nun eine neue Stadt entstehen, nicht weniger als das Schicksal der Zivilisation liegt somit in unseren Händen. Dabei wird man eine Reihe von schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Und gerade dieser Aspekt einer moralischen Gesellschaftssimulation hebt Frostpunk aus der Masse an Aufbausimulationen ab. Was sind wir bereit zu opfern? Wie eiskalt müssen wir angesichts des drohenden Todes im ewigen Eis sein? Das sind komplexe Fragen, die im technisch gelungenen Spiel leider mit der Zeit etwas untergehen. Dennoch gibt es von uns 84 Punkte. Seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt SVSSWZ.